In Kenia hat die Auszählung der Stimmen für die Präsidentschaftswahl begonnen. Nach offiziellen Angaben lag die Wahlbeteiligung bei 60 Prozent. Die Stimmabgabe sei reibungslos verlaufen. Gesucht wird ein Nachfolger von Präsident Uhuru Kenyatta. Umfragen sahen den ehemaligen Regierungschef Raila Odinga, knapp vor dem bisherigen Vizepräsidenten William Ruto. Ergebnisse müssen binnen einer Woche veröffentlicht werden.